hey freunde und herzlich willkommen zu einem neuen true crime hier auf meinem kanal ich hoffe es geht euch allen soweit gut schreibt mir doch wie immer unten in die kommentare mir geht es wieder besser meine stimme ist auch zurück und ich habe ein neues mikrofon ich bin wirklich super gespannt ob jetzt alles läuft wir haben ewig eingestellt es gab super viele technische probleme störgeräusche das war wirklich alles dabei also drückt mir die daumen dass jetzt alles läuft und dann würde ich sagen legen wir auch schon los denn heute sprechen wir über den fall von katie beers katie beers ist geboren am 30 dezember 1982 an bayshore in new york sie lebte mit ihrem halbbruder bei ihrer mutter maryland beers doch als katie noch sehr jung war hat ihre mutter sie zu einer freundin gegeben diese heißt linda linda ist also die pflegemutter von katie doch katie wurde von ihr nicht liebevoll behandelt sondern er wie ein dienstmädchen als katie vier jahre alt war sollte sie schon alleine wäsche waschen gehen im waschcenter sie musste extrem viele aufgaben im haushalt übernehmen und sie sollte schon alleine kochen katies pflege mutter hatte auch einen ehemann also katies pflegevater dieser heißt salvatore und wurde von allen immer soll genannt und als katie zwei jahre alt war verging er sich das erste mal an ihr danach dann regelmäßig als katie sieben jahre alt war nahm sie all ihren mut zusammen sie ging zu ihrer pflege mutter linda und erzählte ihr was ihr pflegevater soll ihr antat doch linda reagierte nicht so wie katie es sich gewünscht hatte linda sagte zu ihr sie sei eine lügnerin sie würde sich alles nur ausdenken sie soll ihr aus dem weg gehen und sie will nichts mehr davon hören katie wuchs fast völlig isoliert auf sie durfte nicht zur schule gehen sie wurde von zu hause unterrichtet und sie hatte dadurch auch wenig soziale kontakte und so gut wie gar keine freunde doch es gab eine person die katie ganz besonders wichtig war und zwar john esposito er war ein freund von ihren pflegeeltern also er ist ein erwachsener mann und er spielte regelmäßig mit katie wenn er vorbeikam sie vertraute ihm sie hatten sehr viel spaß zusammen und sie freute sich immer wenn er zu ihr kam john war unter den kindern in der nachbarschaft sehr bekannt alle nannten ihn big john weil er war sowas wie ein großer spielgefährte er war jemand zu dem sie aufsehen konnten er war wachsen aber gleichzeitig hat er mit den kindern gespielt und einfach spaß gehabt außerdem war john ein bekanntes mitglied des big brother und big sister program ihr fragt euch sicherlich was das ist ich werde euch mal eine definition dazu vorlesen das big brother und big sister kurz bbbs ist ein internationales eins zu eins mentoring programm zur individuellen förderung von kindern und jugendlichen also in diesem programm gibt es mentoren also erwachsene und kinder die paten sind diese patenkinder werden auf erwachsene verteilt und diese haben dann eine längere patenschaft mit diesen kindern und treffen sich mindestens einmal im monat für einige stunden mit ihnen um irgendwelche ausflüge zu machen oder ja essen zu gehen auf dem spielplatz zu gehen oder um einfach zeit zusammen zu verbringen doch kommen wir jetzt wieder zurück zu katie und john katie freute sich also immer wenn er kam er war wirklich oft zu besuch bei ihren pflegeeltern und sie vertraute ihm er war eine bezugsperson für sie zwei tage vor katies zehnten geburtstag also am 28.12.1992 wollte john gemeinsam mit ihr einen ausflug machen er wollte mit ihren space plaques das ist eine kinderspielhalle mit zum beispiel videospielen und so katie war natürlich aufgeregt dort gab es so viele sachen die sie sonst nie hatte sie hatte zu hause kaum spielsachen oder irgendetwas was kindgerecht war und sie freute sich auf den ausflug doch auf dem weg dahin sagte john zu ihr er hatte zu hause noch geburtstagsgeschenke und er würde ihr die schon gerne geben und deswegen hat er vorgeschlagen dass sie erstmal zu ihm fahren und sie die geschenke schon mal entgegen nimmt katie vertraute ihm und sie wusste ja auch dass er immer viele spielzeuge zu hause hat er spielte ja auch viel mit den anderen kindern und war immer so der lustige onkel sage ich jetzt mal und deswegen stimmte katie zu und sie fuhren erst mal zu john doch john war nicht so lieb und nett wie man denken könnte er lockte katie zu seinem haus und brachte sie in seine garage in der garage hatte er einen schrank und dieser schrank war auf rollen er zog ihn nach vorne unter dem schrank befand sich dann vinylboden den er zur seite rollte und darunter war ein betonklotz dieser betonklotz wog 200 und man konnte ihn nur über ein seilzug nach oben ziehen dieser seilzug war auch an der wand so montiert und er zog den betonklotz nach oben nachdem er den klotz aus dem boden gezogen hatte wurde ein tunnel sichtbar der recht schmal und relativ lang war und am ende des tunnels war es so was wie ein raum ihr müsst euch das ganze so vorstellen wie ein unterirdischen raum direkt an den mauern seines hauses er sagte zu katie sie sollen nun in diesen tunnel kriechen und katie hatte keine andere wahl sie tat das was er sagte als katie in dem raum war sagte john zu ihr das ist ab jetzt dein zuhause und katie schaute sich um und sie sah eine schmutzige matratze und eine box aus holz eine kiste die ungefähr so groß ist dass ein kind darin liegen kann neben der box und der matratze konnte sie auch noch ketten sehen die an den wänden befestigt waren und sie saß jetzt also in diesem völlig trostlosen raum und wusste überhaupt nicht was mit ihr geschieht john hat alles über einen langen zeitraum ganz genau geplant er hat unterirdisch einen raum gebaut mit einem tunnel der zwei meter lang war wo wirklich niemand jemanden hören könnte dann hat er so getan als sei er katies bester freund um ihr vertrauen zu gewinnen und dann hat er schamlos ausgenutzt und sie in diese falle gelockt katie saß jetzt also in diesem kleinen raum ohne tageslicht und weil sie nicht nach hause kam musste john natürlich ein ablenkungsmanöver starten er nahm ein tonmann von ihr auf und er sagte zu katie dass sie so tun soll als wenn sie linda anruft und gerade entführt wird sie soll nicht sagen von wem als wenn sie die person nicht kennt die sie gerade mitnehmen möchte und er fuhr anschließend zu einer telefonzelle er ließ das tonband am hörer der telefonzelle abspielen und linda ging leider nicht ans telefon doch es ging die mailbox dran und die mailbox zeichnete das gespräch natürlich auf dadurch hat linda erst später mitbekommen dass katie versucht hatte sie anzurufen und hörte die nachricht ab sie war sofort alarmiert sie wusste ja nicht dass das ganze nur inszeniert war und sie rief die polizei an sie erzählte der polizei dass ihre pflegetochter sie anrufen wollte doch die mailbox ging dran und auf der mailbox nachricht sagte sie völlig panisch und ängstlich dass jemand sie einfach mitnehmen will die polizei fand die ganze story irgendwie seltsam wie kann es sein dass ein kleines mädchen in so einer situation die möglichkeit hat noch zur telefonzelle zu gehen eine nummer zu wählen und ihre pflegemutter anzurufen daher fiel der verdacht erst mal auf linda und auch auf ihren ehemann saul die beamten fragten linda wo katie denn zuletzt gewesen war wer hat sie zuletzt gesehen mit wem war sie und linda erzählte dass sie zusammen mit john zum spaceplex fahren wollte und dann bekam sie diesen anruf die polizei beschlagnahmte das telefon von linda und saul sie wollten den anruf beziehungsweise die mailbox nachricht untersuchen zunächst fanden sie heraus dass der anruf aus einer telefonzelle in der nähe vom spaceplex getätigt wurde also könnte es zu der version passen die linda erzählt hat dass katie zusammen mit john zum spaceplex gefahren ist um dort einen ausflug zu machen und einfach den vormittag zu verbringen die ermittler suchten natürlich erst mal beim spaceplex und in der ganzen umgebung doch katie war einfach nirgendwo und auch niemand hatte sie gesehen in der zwischenzeit wurde die mailbox nachricht weiter untersucht und die ermittler fanden heraus dass der anruf beziehungsweise diese nachricht gar kein richtiger anruf war sondern aufgezeichnet wurde also ein tonband war sie hatten zwar jetzt diese erkenntnis aber sie wussten nichts damit anzufangen es war ein riesengroßes rätsel wieso sollte jemand von katie einen vorgetäuschten anruf aufnehmen und dann linda anrufen und irgendwie machte das alles einfach keinen sinn katie war jetzt immer noch in diesem raum und mittlerweile lag sie in der holzkiste john hat diese kiste gut verschlossen und katie versuchte über stunden sich aus dieser kiste zu befreien sie hatte kaum platz doch sie trat immer wieder mit ihren füßen gegen den deckel gegen die seiten sie haute mit ihren fäusten und händen einfach überall gegen und irgendwann wurde der deckel lose katie hat es wirklich geschafft aus dieser kiste heraus zu kommen sie hat sich in dem raum umgesehen und neben dieser kiste und neben dieser schmutzigen matratze stand auch noch ein regal sie schaute in dem regal ob irgendwas brauchbares da drin ist irgendwelche gegenstände womit sie sich vielleicht verteidigen könnte sie fand zwar nichts womit sie sich verteidigen kann aber sie fand ein schlüssel in dem moment wo sie den schlüssel gefunden hat hörte sie dass john kam sie hat den schlüssel sofort unter ihrer matratze versteckt als john dann in diesen raum kam hat er sich das erste mal an katie vergangen um katie noch weniger bewegungsfreiheit zu geben hat er ihr eine kette mit einem vorhängeschloss um den hals gelegt und natürlich auch abgeschlossen doch katie hatte ja ein schlüssel diesen schlüssel holte sie raus sobald john weg war und machte das schloss an den ketten auf nahm sie ab und immer wenn sie hörte dass john wieder kam hat sie schnell alles wieder umgelegt abgeschlossen den schlüssel versteckt und so getan als sei einfach nichts gewesen john ahnte nicht dass katie ihm immer ein schritt voraus war katie war mittlerweile zwei tage in diesem raum und am 30 dezember 1992 hatte katie geburtstag sie wurde zehn jahre alt sie sang für sich selber ihr geburtstagslied und ich muss echt sagen dieses kleine zehnjährige mädchen ist unglaublich stark denn sehr trotz dieser furchtbaren situation nie den mut und nie die hoffnung verloren sie kämpfte weiter sie wusste dass sie schlau genug war um irgendwie da rauszukommen katie hatte ein fernseher bekommen und dieser fernseher lief den ganzen tag gott sei dank denn so hatte sie wenigstens irgendeine ablenkung sie konnte im fernsehen die nachrichten verfolgen und sie sah dass ihre mutter also maryland beers ihre leibliche mutter und auch ihre pflegeeltern nach ihr suchen und völlig verzweifelt sind katie ging das ganze sehr nah sie war sehr traurig zu sehen dass die anderen um sie angst haben und am liebsten hätte sie einfach in den fernseher gerufen hey ich bin hier ich bin bei john holt mich einfach hier raus doch sie hatte keinen ausweg aus ihrer situation die ermittler suchten mit hochdruck nach katie ihre pflegeeltern wurden befragt auch ihre leibliche mutter wurde befragt und alle könnten etwas mit katies verschwinden zu tun haben doch alle haben ein wasserdichtes alibi doch die ermittler wollten auch mit john sprechen er war der letzte der katie gesehen hatte er war der letzte mit dem katie unterwegs war sie wandten sich an das big brother und big sister program und sie erfuhren darüber dass john 15 jahre zuvor an der entführung einer siebenjährigen beteiligt war deshalb wurde er von dem programm ausgeschlossen ob das ganze strafrechtlich verfolgt wurde weiß ich an dieser stelle leider nicht genau doch die ermittler erhielten ein durchsuchungsbefehl für das haus von john und der fall von katie ging sehr schnell an die medien und alle berichteten darüber es dauerte nicht lange und viele reporter haben sich vor dem haus von john versammelt in der zwischenzeit saß katie immer noch in diesem unterirdischen angebauten raum und sie konnte im fernsehen mitverfolgen wie die reporter sich vor dem haus von john versammelt hatten außerdem bekamen sie durch die medien mit dass john mittlerweile der hauptverdächtige ist das muss einfach so krass sein dieses kleine mädchen sitzt in diesem raum und kann von dort aus sehen wie alle draußen nach ihr suchen sie stehen sogar wenige meter nur entfernt vor dem haus und sie hat keinen ausweg sie kann nicht einfach nach ihnen rufen und sich bemerkbar machen anfangs kam john jeden tag zu katie nach unten doch mittlerweile kam er immer weniger denn die ermittler haben jeden schritt von ihm überwacht und das risiko auf frischer tat ertappt zu werden war für john einfach viel zu groß john wurde befragt und was den polizisten auffiel war dass er sehr nervös war und ja sehr unruhig wirkte er war sehr angespannt doch er musste die ermittler irgendwie loswerden und deswegen hat er wieder ein plan geschmiedet und ist zu katie gegangen er sagte zu ihr sie soll sich auf den boden legen und so tun als würde sie nicht mehr leben dieses foto wollte er dann anonym an die ermittler senden damit sie davon ausgehen dass er nichts damit zu tun hat und vielleicht woanders suchen katie wehrte sich dagegen sie sagte zu john dass sie das nicht möchte und sie fing an nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken was er ihr gegeben hatte weil sie angst hatte dass er sie vielleicht irgendwie betäubt und dann heimlich von ihr dieses foto macht katie wusste sie muss irgendetwas tun um aus dieser situation herauszukommen und deswegen hatte sie einen plan sie löcherte john mit unendlich vielen fragen sie fragte ihn ob sie irgendwann mal kinder bekommen wird ob sie mal heiraten wird wie das überhaupt funktionieren soll wenn sie jetzt in diesem raum leben soll und er sagte zu ihr ach du heiratest einfach mich und wir beide werden kinder zusammen bekommen er hat katie in so jungen jahren in diesen raum gelockt um seine zukunft mit ihr zu planen doch katie hörte nicht auf ihn fragen zu stellen sie machte immer und immer weiter und john wurde dadurch immer nervöser zeitgleich waren ja auch die ermittler im haus und ums haus herum er konnte fast kein schritt mehr unbeobachtet machen er wurde immer panischer kann man sagen der druck auf john wurde immer höher und er sagte zu katie entweder wird er sich selber das leben nehmen oder er wird einfach abhauen wenn er einfach weg geht und sie zurücklässt dann ist die ganz allein in diesem raum und sie würde dort nicht lange überleben ohne dass ihr jemand irgendwie essen oder trinken bringt und sie versorgt auch wenn er sich das leben nimmt würde katie immer noch alleine in diesem raum sitzen katie wusste dass john den druck nicht mehr gewachsen war und sie stellte sich krank er war mit dieser situation einfach völlig überfordert er wusste gar nicht was er tun soll wenn ein zehnjähriges kind einfach krank ist und er entschied sich dazu zu seinem anwalt zu gehen er erzählte seinem anwalt dass er weiß wo katie ist der anwalt fragte natürlich okay und wo ist katie und john sagte hinter den mauern meines hauses am 13 januar 1993 wollte die polizei dann katie aus diesem unterirdischen raum wieder herausholen als sie gesehen haben wie viel aufwand es benötigt zu diesem raum zu kommen waren sie einfach unfassbar schockiert sie hatten das ganze haus ja mittlerweile durchsucht doch dieses versteck hatten sie nicht gefunden es war einfach viel zu gut versteckt sie zogen den schrank hervor und rollten den vinyl boden zur seite dann hoben sie den betonklotz aus dem boden und als sie dann den langen schmalen tunnel sahen konnten sie ihren augen kaum trauen einer der ermittler hat sich durch diesen tunnel gezwängt und am ende des tunnels kam er in den raum in dem katie saß der ermittler sagte zu katie es ist alles gut ich bin von der polizei du bist jetzt gerettet endlich konnte katie nach 17 tagen aus diesem raum gerettet werden katie war heilfroh und auch all ihre angehörigen und die personen die nach ihr gesucht hatten waren unfassbar glücklich dass sie noch am leben ist john wurde festgenommen er gestand alles und wurde zu 15 jahren haft verurteilt doch er starb am 5 september 2013 im gefängnis katie war nun endlich in sicherheit und sie kam nicht zurück in ihre pflegefamilie denn es kam heraus dass ihr pflegevater sol sich an ihr vergangen hatte und dafür wurde er sogar angeklagt und kam in haft die länge seiner haftstrafe konnte ich leider nicht herausfinden aber er starb in haft am 21 februar 2009 katie kam in eine neue pflegefamilie und in dieser pflegefamilie hat sie das erste mal menschen um sich die wirklich liebevoll zu ihr sind den sie wirklich vertrauen kann nun hatte sie das erste mal in ihrem leben eine richtige familie katie schrieb ein buch über ihre geschichte und wurde bestseller autorin und sie engagierte sich für das national center for missing and exploited children der leitende ermittler in dem fall von katie schrieb kurz nachdem sie sie gerettet hatten ein brief an sie er schrieb folgendes liebe katie ich kenne dich nicht sehr gut aber ich weiß es reicht aus um dich als ein bemerkenswertes junges mädchen mit einem starken überlebenswillen zu bezeichnen mein einziger wunsch ist dass wir dich früher hätten finden können und dass du nicht so lange dort unten sein musstest nicht viele erwachsene könnten ertragen oder überleben was du durchgemacht hast sei stolz und bleibt weiterhin stark ich kenne dich du wirst das schaffen und so um ist ein ein oder